Also ich wurde nominiert von Backe für die Eisbacke Challenge, hiermit angenommen. Es geht ja nicht nur darum, sich ein Eimer und kaltes Wasser in den Kopf zu lernen, sondern es hat ja auch Spenden dabei. Meine Spende geht an die DGM, Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke. Das ist im Endeffekt das deutsche Pantone zu der ALS, die es ursprünglich gestartet haben. Die brauchen auch eine bisschen Unterstützung. Ich nominiere Stefan Kaufmann, Jörg Taus und Stefan Ober. Also. Ja. 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 Ja.